Ich kann gar nicht sagen, was das Beste war. Also das war so unglaublich. Es ist unschlagbar. Wie viel Kraft es eigentlich hat, das auch gemeinsam online durchzuführen. Dass er mal an der Stelle stand, wo du jetzt sitzt, das ist halt das Geile. Das Gefühl habe ich nie in meinem Leben gehabt. Ein Traum, der jetzt schon in Erfüllung gegangen ist, obwohl ich noch am Anfang bin. Ich habe jetzt endlich meine Zielgruppe gefunden. Ich habe wie so eine kleine Neugeburt erlebt. Großartig. Also ich wachse über meine Grenzen. Das ist echt absolut krass. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist mein Mann. Da gehe ich hin und der kann mir weiterhelfen, dass ich meinen Traum verwirkliche. Hast du auch Lust, so ein enormes Wachstum zu erleben und endlich online durchzustarten? Mehr Freiheit, mehr Kunden und mehr Erfüllung ist meine Mission. Ich freue mich sehr darauf, dich bei deinem Business Success Day unter anderem mit der Transformation Light aufs nächste Level zu bringen. Du kannst bequem von zu Hause aus teilnehmen, direkt umsetzen und sofort spürbare Ergebnisse feiern. Sichere dir jetzt deinen Platz. Ich bin schon mal. Vielen Dank.